Manchmal kommt es ja vor, dass wenn man MIDI-Noten einspielt und man hat zum Beispiel Auto-Quantize on, wie jetzt zum Beispiel, dass dann die Noten, die man einspielt, in ein vorher eingestelltes Raster gebracht werden, aber man hat jetzt zum Beispiel vielleicht irgendwie mal eine Note zu schnell oder zu viel gespielt und plötzlich landen zwei MIDI-Noten exakt über der gleichen Stelle. Und das sieht man dann nicht unbedingt gleich, aber man hört es. Und da war die Frage, wie man eben solche MIDI-Noten schnell gelöscht bekommt. Und naja, dafür nehme ich vielleicht mal ein Beispiel auf mit vielleicht ein Achtel-Quantisierung, Auto-Quantize is on. Ich nehme mal irgendwas auf. Guck mal, was ich hier an Sounds finde. Wo haben wir denn der jetzt? Hier, die ist gut. Und ich lasse das mal laufen, am besten mit Klick vielleicht. So, jetzt habe ich mal hier ganz schnell irgendwas gedrückt und wenn wir uns das hier mal genauer angucken, dann sehen wir, die ganzen Sachen sind quantisiert worden und zwar auf ein Achtel relativ gleich bleiben, obwohl ich hier ganz schön wild durch die Gegend gespielt habe. Jetzt hören wir uns das mal an. Am besten mache ich vorher noch, selektiere ich alle, gehaltene, STRG-Shift-Taste und mache alle auf Velocity 127, damit alle gleich hart angespielt worden sind. Insofern sollten alle gleich laut sein, aber wir werden hören, ohne Klick, dass manche lauter sind, manche leiser. Und das liegt daran, dass manchmal eben zwei MIDI-Noten übereinander liegen, wie zum Beispiel hier. Hier kann man es sogar sehen. Hier unten liegt noch eine drunter. Wo man das auch ganz gut sehen kann, ist in dem List-Editor, den man hier öffnen kann. Jetzt sehen wir dasselbe MIDI-Event, nur ein bisschen anders dargestellt. In dem Fall geht jetzt die Zeitlinie zwar immer noch so entlang, aber die Noten sind nicht mehr nach Tonhöhe sortiert, sondern einfach nur nach Reihenfolge. Das heißt, die erste Note, die hier ganz am Anfang spielt, steht hier ganz oben, die zweite, eine Reihe weiter unten, die dritte und so weiter. Und hier kann man jetzt sehen, das sind alles Noten auf der Tonhöhe E1 gespielt, aber wir sehen manchmal, dass zwei Noten exakt zeitgleich, nämlich hier zum Beispiel, exakt zeitgleich laufen. Und das sind dann jeweils die Noten, die einfach ein bisschen lauter sind. Und jetzt kann man die einfach selektieren und hier rauslöschen. Hier sind jetzt irgendwo auch sogar drei gewesen, hier sind drei übereinander, die kann man löschen. Das kann man löschen, das kann man löschen, das kann man löschen, das kann man löschen und das. So. Und jetzt haben wir keine MIDI-Note, die mehr gleichzeitig kommt auf gleicher Tonhöhe. Das angucken, das sieht immer noch gleich aus, aber wir hören. Und jetzt sind alle gleich laut. Das ist natürlich ein bisschen eine umständliche Methode, ganz besonders, wenn man jetzt zum Beispiel hier ein Drumloop hat, wie den hier. Wenn man sich den hier mal anguckt, da geht ein bisschen mehr ab. Und man sieht dann nicht unbedingt, was da los ist. Und jetzt noch schlimmer wird es dann hier in diesem MIDI-Editor, in diesem List-Editor. Hier sehen wir ja einige Sachen, die gleichzeitig kommen. Da müssen wir immer ganz genau gucken. Ah, warte, das ist einmal Cis und einmal D. Das heißt, diese beiden, obwohl sie in der gleichen Zeit gespielt werden, also gleichzeitig abgespielt werden, sind aber nicht dieselben Noten. Und dann müsste man das jeweils sehr scharfsinnig beobachten. Und dann würde man eventuell feststellen, dass in diesem Loop ganz versteckt hier hinten jeweils die letzten drei Noten alles E1 sind, eben diese Haie, die wir gerade hatten, und kommen aber teilweise an gleicher Position. Und die sind gleich lang, oder beziehungsweise der erste ist der längere. Insofern verschwindet der zweite unter den ersten, fast zumindest. Na, fast andersrum. Okay, vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Die verschwinden nicht, aber sind schwer zu erkennen, schwer auszumachen, eben selbst, wenn man reinzoomt. Und man hört es aber. Man achtet dann hier drauf. Die waren jetzt lauter. Okay, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Man selektiert einfach den kompletten Loop, wenn man da irgendwas hört, und man findet es nicht direkt raus, wo es ist. Ich meine, hier hört man es direkt. Und man könnte jetzt einfach den hier selektieren und dann löschen. Dann ist noch einer direkt drunter, wie wir gerade gesehen haben. Ich mache nochmal STRG Z. Ich selektiere den, lösche den, und die Note ist quasi unten drunter immer noch da. Wie gesagt, einfach STRG A für Select All. Auf eine MIDI-Note rechtsklick unter MIDI, ne, Entschuldigung, unter Functions, Delete Doubles. Und dann sucht sich Cubis automatisch die doppelt gespielten Noten auf gleicher Tonhöhe eben raus und löscht diese. Es hat sich hier gerade nichts getan, aber wenn wir jetzt hier uns das angucken, vor allem vielleicht im List-Editor hier wieder. Hier unten, diese drei selektierten, die stehen jetzt einzeln da. Da ist kein Double mehr. Und das ist schon die Funktion. Eine andere erwähnenswerte Funktion wäre vielleicht noch das Legato in dem MIDI-Editor. Dafür nehme ich nochmal kurz was auf. Ich mache einfach zwei Noten, die sich manchmal überlappen und manchmal nicht. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Hier überlappen sie sich gerade so nicht, diese beiden Noten. Hier überlappen sie sich wirklich überhaupt nicht. Hier überlappen sie sich ein klein wenig. Hier überlappen sie sich ziemlich viel. Und das kann bei diversen Synthies zum Beispiel relativ viel am Klang ausmachen. Manche Synthies, wenn da diese Legato-Funktion oder dieses, wie kann man es noch nennen, Glide-Funktion oder Mono-Rotate, wenn das eben angestellt ist, dann wenn sich zwei Noten überlappen, dann springt der Ton nicht direkt von einer auf die andere Note, sondern pitcht sich langsam so runter, je nachdem, was man halt eingestellt hat. Und wenn man aber einen kleinen Zwischenraum zwischen den beiden Noten lässt, dann haben die jeweils eine eigene Attack und fangen eben von vorne an zu spielen. Und je nachdem möchte man mal das eine oder mal das andere und man hat sich eventuell ein bisschen verspielt. Da gibt es eine nette Funktion. Man selektiert einfach alles und dann stellt man hier Legato an. Insofern tut sich jetzt erstmal was. Aber die genaue Einstellung, die macht man eigentlich hier mit den Ticks. Und da steht Overlap. Und momentan ist das auf minus 76 Ticks. Diese Ticks ist jetzt einfach eine kleinere Einheit als eben Takt oder Vierteltakt oder Achteltakt oder sonstiges. Das sind einfach nochmal unterteilt in Ticks. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Ticks eine Achtelnote oder sowas sind, aber es ist auf jeden Fall in irgendeinem Wert. Aber man sieht ja, was hier passiert. Wenn ich im Minusbereich bin, also minus irgendwelche Ticks, dann überlappen sich die Noten nicht. Und zwar eben um genau diese Tickanzahl. Wenn ich auf null Ticks gehe, dann hört die eine Note genau da auf, wo die andere anfängt. Und sobald ich ein bisschen über die Ticks hier rübergehe, dann haben wir so ein klein bisschen Überlapp. Und die Mono-Rotate oder Gleitfunktion das sind, die fängt dann eben an zu spielen. Und das ist ja ganz nett. Das kann man hier dann schön für das gesamte MIDI-Event hier machen. Wobei ich jetzt gerade nicht ganz verstehe, warum dieses MIDI-Event hier zum Beispiel sich nicht rührt. Das ist mir ein wenig suspekt hier. Aber okay, wir können hier noch weitere Funktionen ausprobieren, und zwar Delete Overlaps. In Mono heißt, dass wenn Overlaps auf einer MIDI-Note da wären, hier diese zum Beispiel. Wenn ich Delete Overlaps hier mache, dann sehen wir, dass hier genau getrennt wurde, wo die zweite Note angefangen hat. Wenn ich jetzt alle selektiere und Delete Overlaps Poly mache, dann bedeutet das alle Überhänge, auch auf verschiedenen Noten, werden eben gekürzt. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt versuche ich nochmal das mit den Ticks. Ah, jetzt funktionieren auch alle Noten. Keine Ahnung, was das vorher war. Vielleicht ein kleiner Bug, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall, jetzt funktioniert das eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist eine recht nette Funktion. Eine Frage, die ich irgendwie nicht wirklich beantworten kann leider, ist, wie man zum Beispiel weiß, welche Frequenzen zum Beispiel bei einer Snare man wie EQen muss. Weil da gibt es einfach keine wirkliche Regel für, außer dass man einfach hinhören muss. Und eine Snare beispielsweise, die Solo einfach völlig in Ordnung klingt, also mit Mann meine ich jetzt mich, und ich dann nicht wüsste, was ich da eigentlich EQen soll, dass sobald die Snare in irgendeinem Lied vorkommt, ich schon eher irgendwie raushöre, was vielleicht besser wäre oder welche Frequenzen man vielleicht in irgendeiner Form als störend empfindet und diese dann eventuell in irgendeiner Form bearbeitet. Aber es hängt immer wirklich sehr stark davon ab, was noch außen rum ist. Also insofern ist auch diese Regel entstanden, dass man EQen eigentlich eher im Gesamtbild tun sollte und nicht unbedingt nur Solo. Insofern hören wir uns jetzt vielleicht mal diese Snare hier Solo an. Klingt erstmal so, klingt halt nach dieser Snare so, klingt halt diese Snare. So, und jetzt, selbst wenn wir uns das vielleicht noch, hören wir uns mal mit dem Instrumental ohne Bässe an, klingt dann so. Jetzt habe ich schon, zumindest auf Kopfhörer, das Gefühl, dass die Snare so ein bisschen giftig ist im Gegensatz zum Rest. Insofern würde ich jetzt vielleicht mal anfangen, mal ein bisschen was zu EQen. Und das mag sein, dass diese EQ-Form, die ich jetzt hier einzeichne, dass die für die Solo-Snare dann sogar schlechter klingen mag. Aber im Mix dann für mein Empfinden in diesem Moment, weil es ist natürlich auch sehr stark abhängig von dem Empfinden, wie man gerade denkt oder wie man will, dass es klingt und so weiter, dass es für mich jetzt in diesem Fall dann einfach besser wird. Also ich habe das Gefühl, die so ein bisschen hart in der Mitte. Insofern würde ich mir hier mal ein Band erzeugen. Mal sweepen. Hier. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich kann mal ein bisschen höher gehen. Ja, hier ist es auch unangenehm. Das ist fast doch angenehm sogar. Hier ein paar Höhen sind gut. Aber hier in diesem Bereich erscheint mir das ein bisschen hart. Insofern würde ich mal versuchen, hier was zu ziehen. Bisschen schmaler. Mal hier. Das ist jetzt ein bisschen dumpf insgesamt. Vielleicht deswegen ein bisschen auffrischen. Hier oben. Mit einem High Shelf. Mit ohne. Klingt ein bisschen hart. Und so klingt es. Bisschen Hi-Fi. Bisschen mehr eingebettet in das Ganze. Vielleicht könnte man sogar noch den Grundton der Snare ein bisschen rausholen. Das sind jetzt auch alles Entscheidungen, die ich einfach so aus freiem Willen und so ein bisschen ausprobieren und einfach so hinhören halt. Und einfach mal so ein bisschen gucken halt, was so geht. Und ich denke, wenn man vielleicht in der Grundfrequenz, die irgendwo hier in dem Bereich liegen könnte, wenn ich da noch ein bisschen zugebe, könnte die Snare vielleicht ein bisschen mächtiger noch werden. Vielleicht dann auch sogar zu mächtig, wer weiß. Mal gucken. Hier haben wir den Grundton erwischt. Leider fährt die dann zu hart in diesen Sausage-Fettner-Plugin-Dingsen rein. Deswegen nicht so gut. Machen wir ein bisschen weniger. Der sich jetzt gerade beim Öffnen, warum auch immer, sehr stark im Sound geändert hat. Aber so ist das jetzt halt egal. Jetzt ist natürlich das ganze Beispiel irgendwie im Arsch. Was ist denn jetzt los? Wieso? Naja, egal. Ja, insofern ist mein ganzes Beispiel eigentlich im Arsch. Jetzt klingt die Snare nämlich komplett anders und eigentlich nicht mehr so gut. Aber gut, so ist es jetzt einfach. Ich denke aber, man konnte einigermaßen nachvollziehen, was ich meine. Und je mehr dann dazukommt, desto mehr wird dann wieder der Eindruck der Snare natürlich, ich sag mal, beeinflusst oder im gegebenen Fall auch entstellt. Und man muss eventuell noch mal ein bisschen nach EQen. Aber es ist einfach so, man muss einfach hinhören und nach Geschmack und Gesamteindruck und was weiß ich, einfach entscheiden, was man gerne mit der Snare machen möchte. Oder man probiert einfach rum und kommt durch Zufall eben auf Sachen, die dann gut klingen. Aber eine wirkliche Regel gibt es dazu nicht. Ich kann in Sachen EQs einfach keine wirkliche Regel aufstellen, weil es einfach für jeden Song, für jedes Genre, für jedes Benutzersample, es ist einfach immer anders und immer neu. Und naja, das ist doch eigentlich das Spannende an der ganzen Sache. Wie kann man aus einem Audio-File MIDI-Noten timingmäßig raus extrahieren? Ich habe hier mal einen kleinen Loop. Und angenommen, ich möchte jetzt eben diese ganzen High-Hats und Becken, die hier drin vorkommen, timingmäßig mit anderen Sounds irgendwie versehen. Wie bekomme ich hier die MIDI-Noten raus? Ja, würde ich mal versuchen mit dem Wave-Editor und dort im Menü Hit-Points. Wenn ich hier draufklicke, wird das Pfeil analysiert und bei jeder Stelle, wo Cubase eben denkt, da sei irgendwie der Beginn eines neuen Samples oder ein neuer Transient, da packt er dann hier so ein Hit-Point eben hin. Wenn man hier reinzoomt, sieht man, dass das nicht unbedingt immer genau ist. Das heißt, wenn man wirklich, wirklich, wirklich sehr genau haben möchte, dann wird einem da erstmal nichts anderes übrig bleiben, als einfach hier rein zu zoomen und sich genau anzugucken, wo eben was ist. Und dann kann man hier mit gehaltenem, lass mich nicht lügen, ohne gehaltenem irgendwas, einfach nur, wenn man hier oben reingeht und mit gehaltenem Shift kann man hier diesen Punkt eben ausschalten oder per Klick wieder anmachen. Ah, sogar ohne Shift. Also wenn man einfach hier oben reingeht, kann man diesen Punkt eben ausschalten, weil hier sehe ich jetzt gerade keine wirkliche Hi-Hat oder irgendwas. Hier sehe ich einen, aber der Punkt ist völlig feil. Das heißt, ich gehe hier hin und ziehe einfach hier hin. Dann gehe ich hier hin, gucke mir das an und sage mir, hier ist der Anfang wahrscheinlich eher. Dann gehe ich weiter hier und so weiter. Das muss man dann halt durchziehen eiskalt. Oh, das geht ja recht zügig. Ich meine, wenn das jetzt ein ewig langes Pfeil wäre, dann wäre das natürlich schon relativ viel Arbeit. Ach, das machen wir jetzt mal. So, wir sehen, er hat eigentlich auch jede Hi-Hat in irgendeiner Form erwischt. Er hat nichts vergessen. Insofern, das sieht auch ganz gut aus. Was wir jetzt damit machen können, ist, wir können unter anderem natürlich, wir haben hier wesentlich mehr Funktionen, aber für diesen Fall würde ich jetzt vorschlagen oder ich würde es jetzt so machen, dass ich mir einen Groove erstelle. Und wenn ich hier draufklicke, dann werden wir hier oben feststellen, dass genau eben dieses Teil hier auftaucht. Das ist jetzt leider nicht mein erster Versuch von dem Video, sondern mein zweiter. Deswegen steht das jetzt hier schon. Aber ich gehe mal hier nochmal auf Quantisierung 1,16, gehe nochmal hier rein und sage Create Groove. Und was jetzt passiert ist, dass das eben hier oben erscheint. Und das bedeutet, dass jetzt diese Hitpoints sozusagen meine Quantisierungslinien darstellen. Und zwar genauso, wie sie hier sind. Und jetzt könnte ich einfach zum Beispiel diese Spur scharf schalten und einfach so oft, wie ich möchte oder so schnell, wie ich kann, einfach MIDI-Noten zu drücken. Und dann werden wir sehen, dass die MIDI-Noten, weil eben Auto-Quantisierung an ist, dass die genau auf diese Hitpoints eben gelegt werden. Das mache ich einfach mal. Jetzt gerade ist irgendwas komisches passiert. Ja, irgendwelche Noten sind viel zu lang gewesen. Machen wir das direkt nochmal. Machen wir mal hier an. So. Wenn man hier rein zoomt und ich das selektiere, dann sehen wir, dass die Noten immer genau auf eben diese Hitpoints gelandet sind. Eine andere Form, das einzugeben, geht, glaube ich, wenn man sich mit gehaltener Alt-Taste, kann man sich ja ein MIDI-Event erstellen. Und dann Doppelklick hier rein. Und dann gibt es eine andere Methode, MIDI-Noten einzufügen. Und ich glaube, die funktioniert so. Step Input. Wenn ich das angeschalten habe und dann einfach hier auf mein MIDI-Keyboard eine Note drücke, wird diese an die erste Stelle eben gesetzt. Und die zweite rutscht dann einfach eine Stelle weiter. Hier sind wir. Und der Cursor wandert dann immer, sobald ich eine MIDI-Note drücke, zum nächsten Quantisierungspunkt. Und in dem Fall ist das ja unser Loop hier. Insofern sieht das Ganze dann im Ende so aus. Gucken wir uns das mal an. Dann machen wir hier die Länge vielleicht mit gehaltener Steuerungstaste alle gleich lang. Und schon sehen wir hier, superschön eben haben wir sozusagen diesen Groove hier uns rausgezogen und können das mit jedem Sample sozusagen belegen. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwas habe. Hier die Hi-Hat ist doch super. Und dann hören wir jetzt mal das Original. Und hier unsere eingesetzten. Und ich denke, es kommt ziemlich gut hin. Machen wir das Original mal leiser und fahren uns dann dazu. Insofern haben wir quasi das Timing dieses Loops eben in MIDI vorliegen. Oder wir haben uns das quasi aus diesem Loop hier MIDI-mäßig extrahiert. Für längere Samples oder zum Beispiel halt aufgenommene Spuren von vielleicht einem Live-Schlagzeug, wo man für jede Spur, also für jede Trommel im Schlagzeug, wenn man da eine eigene Spur zum Beispiel hat, dann gibt es auch so Plugins wie zum Beispiel den DrummerGog. Das sind so Plugins, die quasi das laufende Audiomaterial analysieren. Und immer wenn ein Hitpoint da ist, also sprich wenn die Trommel geschlagen wird, dann können diese dann automatisch ein eingesetztes Sample eben triggern. Und meines Wissens nach ist DrummerGog da wohl das Timing-genaueste Plugin. Insofern insertiert man sich das, würde man sich das hier auf diesen Kanal insertieren, wenn er ein bisschen sauberer wäre. Ich glaube nicht, dass das mit diesem Sample hier funktionieren würde. Da ist zu viel Schrott drin. Und gibt einfach ein, welches Sample er abfeuern soll, ab welchem Threshold und so weiter. Und dann läuft das wohl recht befriedigend automatisch. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nur Cubase hat, dann wäre das meine Methode. Oder gibt mit Sicherheit eventuell bessere. Nachtrag verwalten kann man diese Dinger hier in diesem Quantize-Panel. Und da kann man das einfach auswählen und dann hier sagen Remove. Und dann ist es wieder weg und man ist hier mit seinen übrig gebliebenen Presets eben hier. Noch mal kurz drüber nachgedacht und noch eine schnellere und dreckigere Methode rausgefunden. Hier ein neues Sample, neues Glück. Klingt so. Wir gehen wieder mit Doppelklick hier rein, gehen zu den Hit-Points, sagen Edit Hit-Points. Sagen einfach mal, ja, das ist super sauber, das ist toll. Und dann gehen wir hier auf Create Events. Und was jetzt passiert im Hintergrund ist, dass hier einzelne Events rausgeschnitten werden. Und dann öffnen wir uns ein Instrumenten-Track und dort drin den Groove Agent 1. Sagen Add Track. Hier ist das schöne Ding, wir selektieren das Ganze hier, ziehen es hier runter auf die erste Note. Und dann ziehen wir von hier Import-Export per Drag & Drop einfach das MIDI-Objekt hier rüber. Und jetzt haben wir ja quasi den kompletten Groove hier einmal kopiert. Das heißt, das hier, das hier und das hier müsste identisch sein. Und das ist es auch. Allerdings haben wir ein Problem, wenn wir das jetzt mit einem Sample austauschen wollen würden. Wir hätten hier tausende sich überlappende, aufsteigende MIDI-Events. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja alles auf einer Note haben, damit wir das mit einem Sample ausgetauscht bekommen. Insofern machen wir hier mal ganz schnell die Delete Overlaps Poly. Dann sieht das schon mal auf jeden Fall besser aus. Und die nächste tolle Funktion, die wir benutzen können, ist hier zu finden unter MIDI-Transpose Setup. Und hier kann man eben entweder Scale-Correction vornehmen oder eine bestimmte Range sich aussuchen, die an Noten erlaubt sind. Und das kann man hier schön mit der Maus ganz schnell machen. Nehmen wir einfach irgendeine Note. Jetzt machen wir die vielleicht irgendwo hier oben hin. Sagen B4 und wenn ich auf OK drücke, dann werden alle diese Noten auf B4 gesetzt. Und das ist hier oben und das ist jetzt passiert. Und jetzt können wir die alle selektieren und mit den Pfeiltasten eben auf unser gewünschtes Sample bringen. Und wir haben sozusagen dieses Audio-Event hier in MIDI-Noten umgewandelt. Komisch, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Aber egal, so ist es jetzt. Es hat nochmal zwei Möglichkeiten, was toll ist. So, ich bin raus. Ich wünsche euch was. Ja.